Hallo und willkommen zu Evolve in der Klaus Beta. Ja, ganz lecker hier am Essen. Mh, nemm, 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 nemm. Oh, lecker. Oh, ich muss weg. Okay. Ähm, erstmal umschauen. Ich würde sagen, ich begebe mich mal in die Richtung. Ein bisschen am Anfang schleichend. Dann können die mir... Können die Verfolger mir nicht so gut folgen. Okay, das sollte erstmal reichen. Dann begebe ich mit mir hier rüber. Oh, mh. Gegrillt schmeckt mir noch viel besser. Mh, nemm, 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 lecker. Der schmeckt richtig gut. Okay, wo haben wir noch irgendwelche Gegner? Oh, du. Oh, dich grill ich auch. Essen, 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 essen. Und jetzt greife ich den hier an. Komm, dich grill ich auch. Soll ja auch ein bisschen schmecken, ne? komm 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 stürme ich es ist es ist es Lecker da hinten kommen schon einige das muss unbedingt weg schön hoch springen hier ist halt nirgendwo Wasser Das ist jetzt richtig ungeschüttet. Ist, 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 ist. Lecker, 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 lecker. Mh, du schmeckst gut. Du auch. Oh ja. Sehr lecker mit hier. Oh, oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Das ist gar nicht gut. Ich rühre dich ja auch noch kurz. Und es dich. Und weg. Oh, oh, ich bin hier eingesperrt, wenn ich nicht schnell was tue. Mh, das ist jetzt ein schlechter Moment, um sie anzugreifen, äh, um sie zu essen. Ah, shit, shit, ich bin noch in der ersten Entwicklungsstufe. Das ist zu früh, das ist zu früh, das ist zu früh. Ich bin schneller, wenn ich kletter, als wenn die sich bewegen. Also ich gehe jetzt auch mal den Weg. Gequillt, essen, 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 essen. Evolutionieren. Ich hoffe, die sind noch nicht zu nah. Ich mache Schmettersprung, zwei Stück und Feueratm 1. Kommt 3, 2, 1. 1 das ist die Zukunft der Karte wieder aufrufen ganz gut aus und dann am besten nach links einmal durchjumpen sehr gut so schlechten 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 ganz langsam ok und spring friss 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 wo sind sie? wo sind sie? wo sind sie? wo sind sie? ich sehe zumindest keinen das ist ein gutes Zeichen aber ich grünen mich auch alle die grünen schmeckt dir viel besser ich komme einen nach dem anderen schnapp nicht mehr und ab gehts los 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 hier wieder schleichend komm noch ein stück noch ein stück noch ein stück ok lauf 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 ich mache es wahrscheinlich komplett falsch hier momentan ja ich mache es komplett falsch na 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 hätte mir das ein bisschen anders ausdenken sollen ich könnte mich jetzt eigentlich richtig leicht frappen machen sie aber nicht jetzt keine gute idee von denen na 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 ok ich glaube ich wieder viel Platz zum laufen das werde ich auf jeden Fall ausnutzen ja das ist mir egal ob sie mich sehen, sie wissen nicht wo ich hingelaufen bin zumindest nehme ich das an, dass sie das wissen ok wo springen, ein kleiner ich esse ich auch kurz ich habe nämlich Hunger, ich bin sehr hungrig aber ich grill dich beide, der Grill schmeckt einfach alles viel besser komm 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 und die sehen mich gleich wieder nicht besser sonst habe ich keine Chance und ab geht's komm lauf, 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 lauf durchbrechen, durchbrechen durchbrechen, durchbrechen und jetzt spring, 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 spring ich muss hier ohne den Blech und ich esse ich auch noch kurz alles was hilft, hilft so blöd es sich auch anhört, aber stimmt ok, die wissen auf jeden Fall wo ich bin und es ist es 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 lecker 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 und weiter geht's ich esse ich auch kurz wenn ich evolutionieren kann, sofort die wissen eh wo ich bin naja, das habe ich wieder ganz ganz scheiße gemacht hier ist eine Gegend die ist nicht gut die ist nicht gut die können mich so leicht trappen und hier habe ich nichts zu essen lass mal sehen was sind denn die ah hier unten kann ich eigentlich ganz gut verschwinden im Wasser nein verdammt nein ich muss hier weg ich muss hier weg verdammt nein verdammt meinst Okay, jetzt wird es umgeschickt Schauen wir mal, ob ich es schaffe Komm, ich glaube noch eins Komm, den ersten habe ich last Alles schön grillen, was da ist Dann einmal richtigen Schmetterschlag hier Na los, na los, na los, na los, na los Alles wieder grillen, alles wieder grillen Es sind mehrere auf einmal Du kannst jetzt nicht auf einen konzentrieren Das tue ich mir hin Ja, ich habe jetzt ein bisschen Das ist mir jetzt egal Das ist Risikowert Stufe 3 bin ich deutlich stärker Okay, Flammen voll Flammen voll 2, 2, 1 Ich hoffe, dass ich gelohnt Oh, das hat mir echt viel Leben gezogen Medic ist tot Das ist schon richtig gut Scheiß weg mit der Ich werde dich alles schön grillen hier Natürlich dich noch Ja, Lazy ist auch tot Trapper ist tot Lazy könnte zurückkommen Aber die machen wir momentan echt keine Sorge Nichts so schlimm Ja, 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 sehr schön Sehr schön, sehr schön Ein bisschen auf den aufbauen Ja, du stirbst Tschüss, 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 tschüss Du kommst sicherlich nicht wieder Jetzt habe ich eine Minute für den anderen da Wo ist der letzte Okay, da hinten bist du Das hättest du lieber nicht tun sollen, sage ich dir Das hättest du lieber nicht tun sollen Na, das ist jetzt scheiße Das ist jetzt richtig scheiße Ich hab noch Und tschüss Gewonnen Das macht er mal richtig lau Ja Ich schmeck' grad so gut Geile Runde Geile Runde